Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich nicht alleine. Ihr kennt die beiden noch nicht. Das hier ist nämlich Rana und das hier ist Ahorn. Und hinter der Kamera ist noch Marce, aber die kennt ihr gerade schon. Wir wollten heute ein Wer würde er machen. Und dazu habe ich ja nochmal im Instagram nach Fragen gefragt. Und die wird dann Melissa vorlesen. Und dann werden wir die jeweils beantworten. Wir werden alle nach hier und hier drauf aufgeschrieben. Sehr sexy. Rutschig. 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 So, wunderbar. Super, okay, gut. Ist gut. Reicht. Ja. Sie ist nur auf dem Sack. Okay, wir müssen jetzt alle pschsch machen. Ich sage, los mit dem Video. Der ist richtig so. Nein, bitte. Los geht's mit dem Video. Oh, ihr seid so dickskörpers. Okay, ich habe kein Bock auf euch. Okay, ich habe kein Bock auf euch. Okay, ich habe kein Bock auf euch. Wer würde eher ein ganzes Glas Blut trinken? Warum seid denn das irgendjemand? Auf drei, ne? Warte, eins, zwei, drei. Ja, ja. Er steht auf Sadomasisch, heißt das. Wahrscheinlich mit Sadomasisch hörst du du. Ja, Blut. Äh. Theoretisch. Gut schmeckt halt relativ lecker. Fuck this shit, I'm out. Das hat doch nicht eine Wunderhaufe. Wer würde eher für 1000 Euro einen Hundehaufen essen? Eins, zwei, drei. Hanna. Hanna. Weißt du warum? Weil Hanna macht alles für Geld. Hanna macht alles für Geld. Wenn man broke ist, fuck er. Und ich weiß, sie ist halt... Das Ding ist halt... Das muss ich auch. Hallo, Darkness, my old friend. The fuck? Wer würde eher Hauswanderen? Eins, zwei, drei. So leich. Ja, ich wusste das. Ja, ich wander halt auch aus. Horos an. Unsere Bege wird geil, girl. Ja, also erstens kommen hier alle drei mit, offensichtlich. Ja, das ist dein Sklaven. Ja, ja. Wer würde eher für einen Jungen seinen Freund im Stich lassen? Ja, ich weiß es nicht. Ja, okay, denkt, denkt. Das ist ein bisschen... Warte für einen Jungen... Für einen Jungen seinen Freund im Stich lassen. Ja, ich weiß es nicht. Gut, also auf drei. Ja. Gar niemand. Eins, zwei, drei. Hanna, ich weiß es nicht. Ich war mir nicht ganz am Start. Ja, ich glaube, so hat es du. Wenn du irgendwie eine Freundin im Stich lassen würdest. Ja, ich kann nicht. Kann man auch nicht so katschen. Wer würde eher einen ganzen Lippenstift essen für 10 Euro? Dies jedoch in zwei Minuten. Das habe ich schon mal gemacht. Wer würde eher morgens vergessen, Deo zu benutzen? Sorry, da musste ich den Satz bei euch. Eins, zwei, drei. Du nass, die mag ver... Ja, das hast du schon vergessen, Jungs. Ich muss den Deo drauf machen. Ja. Ja, ja. Ich finde, machst du das, weil du nett bist, oder? Okay. Ich mache das aus persönlichen Präferenzen. Wer würde eher in einem Stripclub arbeiten? Hab dich lieb, das ist die Beste. Eins, zwei, drei. Nein. Stimmt. Wir haben gesagt, Aron wird Stripper. Also ich dachte, ich würde es machen, aber du machst es sowieso. Aron wäre so ein guter Stripper. Das wäre, das wäre ja fake. Das wäre so, ohne Spaß, Leute, hit me up. Wenn ihr mir genug zahlt, dann verkaufe ich euch Armern als Stripper. Wer würde eher den anderen Fröss zu essen von der Brücke schubsen? Okay, okay, warte. Ich muss einfach zwei Stunden rechnen, weil ich würde es genau so machen. Oh, oh, Mensch. So eine Tüte, Jungen, Jungen. Ey, ohne Spaß. Das ist sogar, was ich gesagt habe, ich war das so zu denen. Ich habe fast auch, wir waren auf dem Balkon, ich habe einfach angefangen zu, es habe so Tränen in den Augen, weil ich hatte, ich liebe euch so hart. Und dann die Leute so, oh, ich war das auch, weil die essen, die mich halt toll sind, die Leute ticken. Really, Nigga. Allein von der Tatsache her, dass da ungefähr 20 Jungen liegen. Oh, ja. Allein, das sagt schon alles. Halt. 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 Wer würde sich eher in einen Lehrer verliegen? In einen Lehrer? In einen Lehrer. Oh, also. Äh. Ich habe es immer noch nicht. Na gut, Hanna, mach dir keine Sachen. Echt, jetzt? Echt. Echt? Ich wüsste so dieser Typ Mensch, der so sagt, oh geil. Mmmh, geil, ja voll. Wahrscheinlich ist Hanna so dick allophil. Ja, ist so richtig diese ältere Geier-Teilfahre. 16 Tage mit Mathe-Großstättern. 16 da mit ***! Ich glaube, wenn du die ganze Zeit so sagst, nicht so laut, ist für dich nicht gut, auch zu unterbrechen. Diese Dirty-Token. Der würde eher dumme Antworten auf meine Arbeit schreiben. Das ist so dermaßen leicht dein Kopf. Das ist so schwierig. Wer würde eher in seinem Leben 30 Beziehungen haben? Was? 30 Beziehungen? Ja, 30 Beziehungen haben. 1, 2, 3. Was soll ich eigentlich auch machen? Nein, aber nur im Sinne von, dass jeder auf dich steht und bei mir ist einfach, ich bin so ein lonely as fuck. Jetzt mal ohne Schlag. Wir beide sind so, dass wir ganz oder gar nicht. Das weißt du auch. Ja. Wirklich nicht. Wer würde eher im Dschungel-Camp teilnehmen? 1, 2, 3. Nein! Weil die machen alles für Geld. Das ist so, Aaron und ich bin so richtig, nein, Niveau, ich mach gar, nein, nie, nie. Und die ist so, oh, krieg ich Puzzle dafür? So, ich bin so richtig so, ja! Du sagst, du sprestst gar Scheiße! Ich hab's dann auch Wullen oben fessen, oh no! Oh, so reizt nun, come on! Kann man sich scheuen machen, girl! Are you sure about that? Wer würde eher freiwillig ein Schweine-Auge sezieren? Ey, das ist noch Spaß! Ey, ich hab das voll gemacht! Das ist auch Spaß! Nein, das ist mies geil! Wir haben letztes Jahr, ey, das ist doch so geil! Bei uns im Navi, ich hab diese Dings noch, ich hab diese Handschuhe nicht über meine Hand gekippt. Und dann durfte ich nicht mit sezieren. Als ob. Ich durfte mich nur reinziehen. Das ist geil, oder? Nee, bei uns, jeder sitzt da. Ich hab nicht so... Jaaaa! Ich hab Kontakt zu den beiden, aber ich hab auch das überlegt. Catch me again, how about that? Wer würde eher einen Fremdnummer haben? Wow, das ist ja so schlimm! Oh Gott! Das ist doch nicht so schwer. 3 zu 3. Ich würd sagen, wir verdienen alle Liebe. Wer würde eher dem besten Freund Fragen über Selbstbefriedigung stellen? Hä? Ist ja klar, oder? 1 zu 4. Äh, ich geht die nicht! Oh, wie? Ahahaha! Hau raus! Was für Würde! Oh, wie? Was für Würde! Was für Würde! Die haben mir sogar ein Verbot, das haben wir in der Tampo in meine Beteilie erstellt! Was für eine Bedürfung! Was, Tampo? In meine Beteilie! Wer würde sich eher die Namen der anderen als Arsch bereitet von mir? 1... 2... 3... Oh... Ich hab sogar dasselbe gesagt, wenn ich absolut dachte, das war ein bisschen. Arun will der Lille, ey. So groß. Stimmt, Arun will der Lille, du bist absolut groß. So much more. Wer würde eh einem anderen ans Gesicht spucken? Das war so. Okay. Hab ich schon gemacht. Weißt du, ich würde irgendwas sagen, was dich so richtig diskursen würde und dann... Das hab ich schon mal fast bei dir gemacht. Und dich hab ich auch schon mal... Really, nigga? Nein, das Ding ist, das hab ich schon mal gemacht. Ich hab in... Ich weiß nicht, wer genau bei der Creme das war, aber damals auf Dings alte Schule, hab ich jemandem ein Kaugeniegesicht gespuckt. Wer würde eher in einem kleinen Raum sitzen, furzen und dann den anderen die Schuld geben? Haha. 1, 2, 3. Hahaha. Wieso die Dinge sind? Also normalerweise brüste ich mich damit, aber ich find's auch lustig, dass alle Leute die Schuld haben. Ich glaub... Das ist so richtig, das war so. Mann, ja, ne? Und... Wer würde eher nackt durch die Stadt rühren? Ich würd sagen, auch Arun will. Okay. Der liebt seinen Körper. Der chipt hier die ganze Zeit um und... Es stimmt gar nicht. Ich vermeide, dass mein T-Shirt... ...an... ...zulassen. Ja. Ja. Alter, das ist voll schwierig. Okay. 1, 2, 3. Nein, warte mal kurz. Man muss sich schnell entscheiden, sonst ist es unlustig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ey, du wächst ab! Hahaha. Das ist geil. Ja, warte. Ey, man hört sich da mies viel Patte. Richtig viel. Wahrscheinlich sind die Sachen in der Regel. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass ihr sagt nicht, weil ich alles mit Patte mache. Also diese... Ja, prinzipiell würde ich sagen, wir werden es alle machen, aber ich glaub ich komm schon am nächsten. Ja. Wer würde eher mit Pyjama in die Schule gehen? Hm. Das hab ich schon gemacht. Aber bei Hanna passt das voll gut. Ich wollt grad sagen, wir haben es beide, ja. Ich hab's halt auch schon durchgezogen, also von daher. Wir würden's halt zusammen machen. Also wir haben es schon gemacht. Ich hab's schon gemacht. Oh, was egal. Oh mein Gott. Ja, das war wirklich toll. Letzte Schulzeit oder so. Ich hab, ich hab so. 2, 3, 4. Ich hab den 1, 2, 3. Ja, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Wer würde eher Tampons in die Nase stecken und in der Schule oder in der Öffentlichkeit rufen? Ich habe meine Tage bekommen. Aber ja dann. Ja. Wer würde eher in seine Trinkflasche pinkeln und das dann trinken, wenn für keine andere Möglichkeit hättest, was zu trinken? Ja. Ist halt echt sowas. Das ist richtig richtig zu üben. So was sagen. So. Wie wir alle so richtig nur gehört haben, wenn du eine Flasche pinkelt. Wer würde eher auf die Straße kacken? Hihi. Oh. Auch los. Also von den ersten Sachen wird's halt immer echt. Das ist scheiße von der Lücke. Weil? Wieso? Ist da was von dir? Ein Bild von dir? Ist da was von dir? Hallo Douglas, my old friend. Ja. Hier Schwabe. Da Schwabe. Aber jetzt bin ich sexy. Okay. Das waren alle Fragen. Wah. Das waren alle Fragen. Tolles Video. Ja. Super. Abonniert euch alle, wie sie ein Liken. Ja. Und Marielle hört euch alle ganz toll gern. Wie willkommen zusammen. Also alle meine Freunde ohne Wissen. Und wir lieben euch alle. Ohne Spaß. Servus. Servus.